Der Puppenbrunnen in der Krämerstraße Die Krämerstraße gilt als eine der ältesten Straßen Aachens. Sie wurde 1279 erstmals urkundlich erwähnt. Attraktion ist der Puppenbrunnen des Künstlers Bonifatius Sternberg aus dem Jahr 1974. Er ist vor allem bei Kindern beliebt, da sich die Figuren wie Handpuppen bewegen lassen. Mit der Gestaltung des Brunnens nimmt der Künstler Bezug auf die zahlreichen Traditionen und Gewerbe der Stadt. So steht die Marktfrau auch für das von Kaiser Barbarossa 1166 verliehene Handels- und Münzrecht. Der Domherr verkörpert die Herrschaft der Kirche, die mit dem Dom ihren Ausdruck fand. Die Modedame im Rüschenkleid erinnert daran, dass Aachen einst berühmt war für seine Tuchherstellung. Dem Harlekin fällt die Aufgabe zu, Theater, Kunst und Museen zu repräsentieren. Auf Aachen als Karnevalshochburg weisen die zahlreichen Masken hin. Reiter und Pferd erinnern an die Tradition des Aachener Reitturniers, der größten Veranstaltung dieser Art weltweit. Der Soldat auf dem Pferd steckt in einer preußischen Uniform aus dem 19. Jahrhundert und erinnert daran, dass Aachen nach dem Wiener Kongress unter preußischer Vorherrschaft stand. Auf dem Kopf trägt die Figur dazu einen römischen Legionärshelm, Erinnerung an die römische Vergangenheit der Stadt. Von der Spitze der dünnen Brunnensäule kräht der aufgeregt mit den Flügeln flatternde gallische Hahn, Symbol für die französische Besatzungszeit unter Napoleon. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.